Herzlich willkommen bei Okuma. Mein Name ist Jakob Simon und ich arbeite als Automationsspezialist bei Okuma in Europa. Hier hinter mir sehen Sie unsere neue Schleifautomatisierungslösung bestehend aus der Okuma GP26W und einem RoboJob TurnAssist 200i zum Be- und Entladen von Wellenteilen. Die Okuma GP26W wurde für die stabile und hochpräzise Schleifbearbeitung von Werkstücken entwickelt. Der RoboJob TurnAssist 200i ist die perfekte Ergänzung zur Automatisierung dieser Schleifmaschine. Er besteht aus einem 12 kg Nutzlastroboter sowie einem Tisch zur Teilebevorratung. In Kombination mit einem QR-Code Scanner ist das System in der Lage unterschiedliche Werkstücke in derselben Aufspannung zu bearbeiten. Jedes Rohmaterial verfügt über ein Etikett mit den relevanten Informationen, so dass die Maschine den richtigen NC-Code laden und das Setup entsprechend dem Rohmaterial vorbereiten kann. Durch die Kombination der Maschine mit der Automatisierungslösung von RoboJob erhalten Sie einen einfach und intuitiv zu bedienende Produktionszelle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns an den Okuma Messeständen oder unter info.ukuma.eu. Vielen Dank!